Willkommen zu einer neuen Folge Chips und Kaviar. Daniel Wolfson, Cabo Scala. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie man so ein Intro macht. Du bist immer der Erste, der anfängt. Ja, stimmt. In letzter Zeit habe ich es einfach gemacht. Und aus gutem Grund, weil wir haben früher versucht, das so abwechselnd zu machen, aber ich habe es immer am Anfang verhauen. Das war dann irgendwie so ein Ding, oder? Du hast es gemacht. Ich war dann irgendwann blockiert. Ich war so, ey, ich kann nicht anfangen. Ja. Ich weiß noch nicht, wie man anfängt. Du weißt aber nicht, das war für dich jedes Mal wie das erste Mal, so Sex haben. Das war dann so, wo genau stecke ich das rein? Wo google ich was? Genau, wann sage ich den Namen? Hast du nicht deinen Namen gesagt beim ersten Mal? Dass ich so in dem Moment, wo ich eintauche, dass ich dann so... Ja, also bei mir war das so... Ich muss jetzt den Namen mir ausdenken. Monika. Achso, nein, deinen eigenen. Bei mir war das so. Achso. Als ich dann gekommen bin das allererste Mal, habe ich gesagt, Daniel Wolfson! Mit der Startnummer 1. Erster! Finish. Das ist jetzt eine der wenigen Folgen, wo ich tatsächlich jetzt schon Hunger habe. Ah, ja. Krass. Ich habe jetzt schon einfach... Ich glaube, die letzte Bonus-Folge... Bei den Bonus-Folgen ist es, glaube ich, immer so. Die letzte Bonus-Folge war das, glaube ich, auch schon so. Die letzte Bonus-Folge habe ich es am Anfang nicht gemerkt, aber jetzt merke ich jetzt schon... Ah, krass. Ich habe schon... Brauchst du irgendwas? Also ich kann dir, glaube ich, gar nichts geben, aber... Ja, ich habe ja vorhin noch ein bisschen Haferflocken gehabt. Ah, sehr schön. Wie so ein Gefangener. Ja, krass. Du schwörst ja auch drauf, dass die so satt machen und so und anscheinend... Ja, ich habe ganz wenig nur gegessen, weil ich wollte mich nicht überfressen. Jetzt habe ich es zu sehr verkopft. Aber ich freue mich. Ich habe dir ja gerade davon erzählt. Ich habe gestern das beste Tiefkühl-Essen ever kennengelernt. Und zwar... Wenn ich dich da unterbrechen darf schon mal... Das ist traurig irgendwo. Das ist, glaube ich, einfach der heftigste Single-Satz, den ich je in meinem Leben gehört habe. Weiß euch, wie... Das Größte. Das Beste. Das Beste. Eine Portion. Perfekt abgepackt. Perfekt. Es ist sogar ein bisschen zu wenig. Ah ja. Diese Portionen sind zu klein, oder? Weil ich mir manchmal denke... Oder sind das so deutsche Portionen? Ist das was Kulturelles oder ist es einfach nur die Industrie? Ich glaube, Froster geht einfach nur davon aus, dass du noch einsamer bist, als du wirklich bist. Ah, okay. Deswegen, die gehen mit dir einfach weniger. Der ist zwar alleine, aber er wird auch einsam. Deswegen braucht er wahrscheinlich nicht mehr. Das zerstört Appetit. Nee, ist tatsächlich aber interessant. Das weiß ich nicht. Es ist immer viel zu... Also es ist um 50 Prozent zu wenig. Ah, ja. So. Aber da ging es und... Aber das war auch zu wenig. Aber das ist wirklich... Du hast es gerade schon verraten. Froster. Aber die haben jetzt... Das habe ich gestern neu entdeckt, weil ich hatte vorher auch schon sowas von Froster. Weil ich, wenn ich Tiefkühl geholt habe, das war so... Vor zwei Jahren habe ich das entdeckt, habe ich dann irgendwie diese Froster-Sachen so. Weil die halt keine Zusatzstoffe haben und so. Für Tiefkühl so voll gesund sind. Nur natürliche Zutaten. Und dann habe ich gestern, vorgestern im Supermarkt, hatte ich eine Packung entdeckt. Froster Low Carb. Yes. Und ich bin jetzt gerade in einer richtigen Fitnessphase drin. Und dann dachte ich mir, ja, das probiere ich auch. Ich vertraue dieser Firma. Wir kriegen übrigens kein Geld von denen. Ja, das würde ich auch nochmal gerade sagen, weil es klang ab irgendwann so. Ja, ja. Und es wird doch schlimmer. Froster Low Carb. Froster Low Carb. Low Carb. 3,99, 3,99. Im Kühlregal. Im Kühlregal. Und das ist, das war richtig, also wirklich überraschend gut. Also ich kannte die schon, ich wusste es gar nicht. Aber das war wirklich, ich habe auch alles so befolgt, wie man es zubereiten soll. Und ja. Ich glaube, da kann man auch nicht so viel falsch machen, oder? Doch, kannst du. Echt? Was kann man da falsch machen? Alles. Das einfach zu lange drauf haben. Ja, 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 wirklich. Weil, das habe ich mal irgendwo in irgendeiner Doku oder irgendjemand hat es mir gesagt, ich weiß nicht, dass diese Tiefkühlgerichte, ich meine, es ist nur Tiefkühl, aber das wird so teilweise von Sterneköchen so konzipiert sozusagen, oder von Topköchen. Also die versuchen aus diesen paar Euros. An dieser Stelle muss ich wirklich sagen, wir bekommen wirklich kein Geld von denen. Also bei ja sonst, spätestens bei Sterneköchen denken, werden die Leute so, okay, das ist skeptisch. Ja, ja, es gibt noch keine Zusammenarbeit mit Froster, aber noch nicht. Wir halten Ausschau. Und Froster kann auch schon auf uns halten. Ich würde für die Werbung machen, weil ich das Produkt so gut fand. Ja. Ich muss es testen, du hast mir angeboten, dass wir es vielleicht später essen können. Ja, genau deswegen schreiche ich das alles an. So, weil ich dir gesagt habe, nach dem Podcast, so, schneidest du wieder das Video und du kümmerst dich um die Männer und Sachen. Ja. Und ich, also es ist jetzt for sexistisch, und ich bin eine Frau und Essen besorgt. Wir als Frauen es machen. Ja, genau, auch in unserer so broigen, keine Ahnung, Beziehung haben wir so einen Sexismus drin. Ja, haben wir so unter uns. Ja, dass ich auch so sage, ja, Kaus kann sich einfach nicht mit Technik aus. Ja, und ich bin dann so, das macht mein Mann. Das weiß ich alles nicht, das macht mein Mann. Du kommst auch mit so einer Schürze rein, guckst dir erwartungsvoll, ob mir das Essen geschmeckt hat, so. Und wenn du nichts sagst, dann bin ich so leicht angepisset. Ja, okay. Haben wir Mühe gegeben, war extra beim Kühlregal. Das nächste Mal Iglo. Das nächste Mal Iglo für den Feinherrn. Was gibt es noch in den Froster? Das gibt ja nochmal andere Froster. Auf dem Level spielt keiner mit, glaube ich. Also jedenfalls nicht in normalen Supermärkten. Ich kann mir vorstellen, dass es in Bio-Supermärkten so Bio-Tiefkühl-Sachen gibt. Ja, stimmt. So in Bio-Supermärkten gibt es ja von allem die Bio-Version. Die Bio- und die bessere Version. Wo wird man auch ein besserer Mensch? Das ist einfach allgemein. Das stimmt. Man kann dann auf andere herabschauen mit so einer dense Biomark-Bauwolltasche. Ich habe hier eine Bio-Pizza für 8 Euro. Bio-Tiefkühl-Pizza für 8 Euro. Ja, genau. Wolltest du noch was sagen? Ich glaube, ich wollte weiterhin sagen, wie geil das ist. Ich glaube, irgendwann muss ich dich erkannt, ne? Nur halt nur ganz kurz zu der Tiefkühl-Sache. Ich weiß nicht, woher ich das habe. Aber dass man die richtig zubereiten muss, weil die halt wirklich so konzipiert sind. Also wenn die sagen, hoch erhitzen und danach so und so viele Minuten auf Mittel und so. Ich habe es jedenfalls perfekt umgesetzt und ich habe den Klassiker gebracht. Ich glaube, dazu gibt es auch irgendwelche Internetwitze. Ich habe die Packung weggeworfen und die dann aus dem Müll nochmal rausgeholt, um nochmal so zu gucken, wie man es macht. Das war ja auch konzipiert von dem Chefkoch. Ja, dass ich in den Müll greife. Ja, dass ich in den Müll greife. Das gehört alles zu dem Konzept. Aber war mega. Froster Low Carb. Geil, Mann. Also Empfehlung geht raus. Ich finde es geil. Einige Podcasts beschäftigen sich mit Zeitgeschehen sozusagen, mit Politik oder reviewen Filme. Wir reviewen Tiefkühl-Single-Portionen. Tiefkühl-Single-Portionen. Ich wollte gerade sagen Tiefkühl-Frost, aber das ist ja doppelt sozusagen. Einfach Tiefkühl-Essen. Tiefkühl-Gesundes Tiefkühl-Essen. Gesundes Tiefkühl-Essen. Gesundes Kalorienarmes. Stimmt eigentlich, weil du meintest irgendwie, ob das deutsche Portionen sind. Ja, also so was sind die Versuchspersonen, auf die die dann, die schreiben dann, die haben dann so eine kleine Packung und dann steht da so, sind da so drei bis acht kleine Männchen drauf. Ach so. Ja, ey, das reicht doch nicht mal für drei Männchen. Das ist ein halbes Männchen. Ja, das steht immer auf irgendwie so Fertigessen. Da steht es irgendwie, für wie viele Leute das so portioniert wurde. Und bei Brettspielen. Ah, okay. Das steht dann auch, dann gibt es da auch so. Ach ja, stimmt. Aber das sind so ähnliche Symbole. Genau, aber ich meine im Endeffekt, du planst einen Abend, also wenn du einfach nur von diesen Stickern ausgehst, von dieser Grafik, dann siehst du halt Monopoly. Vier bis, keine Ahnung, 16 Personen können das spielen, sagen wir. Oder keine Ahnung, wie viele können das mitspielen, keine Ahnung. Vier? Zehn? Ich glaube, es muss sowas wie sieben sein. Okay, sagen wir sieben. Nein, das ist wahrscheinlich eine gerade Zahl, wird das sein. Ja, acht. Ich denke mal, ach, genau, da steht dann so, eine bis acht Personen können das spielen, eine ist traurig. Eine geht auch nicht. Eine geht auch nicht. Das ist krass, wenn du Monopoly gegen dich selbst spielst und dann verlierst. Das ist richtig. Oh ja, da kannst du wirklich nicht mit Geld umgehen. Wow, ich habe meine Finanzen gar nicht im Griff. Nee, krass. Ich habe Monopoly gegen mich selbst verloren. Ich habe drei Hotels auf Turmstraße und ich komme immer selber drauf. Ich habe gar keine Buchführung. Warum bezahle ich bei meinen eigenen Hotels? Wie konnte das passieren? Scheiße. Und du streitest auch mit dir selbst. Nee, das sind nicht die Regeln. Das ist ja auch immer so ein Steilpunkt bei Monopoly, ob man halt mehrere Hotels bauen darf. Ja, ich glaube, da bist du eingewiesen, wenn man dich so sieht. Oh shit, Mann. Ja, genau. Und ich meine, wenn du einfach den Abend planst nach der Grafik, die halt eben auf den Parkungen drauf ist, dann kommt der Abend nicht zustande. Weil im Endeffekt dann steht bei Monopoly vier bis zehn Personen und bei Frosta ist für vier bis zehn Personen hier. Ja. Und das passt dann nicht, weißt du? Ich weiß echt nicht, was du meinst. Nein, weißt du nicht, was ich meine? Du weißt doch, dass es gerade viel zu klein ist, dass diese Angabe nicht präzise ist. Ja, aber... Und wenn du einfach nur von den Stickern den Abend planst, dann kommst du in... Achso, okay. Du musst selber denken. In Schwierigkeiten. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Absolut, ja. Immanuel Kant, einer meiner Lieblingsphilosophen. Ich wollte gerade Kant sagen, Alter. Das ist mein Lieblingsphilosoph, Kant. Ja, Mann, okay. Was ist dein Lieblingsphilosoph? Zu will ich auch. Nein. Echt? Nee. Ich habe die Frage gerade nicht ernst gestellt, aber jetzt wird sie gerade ernst. Ich hatte nie einen Lieblingsphilosophen. Das ist, glaube ich, so das Prätentiöseste, was man haben kann oder sagen. Ja, also ich wüsste, also keine Ahnung, was ihn dann ausmacht. Ich weiß es nicht. Ist einfach... Ich mag ja Adorno am liebsten. Hm. Ich mag Hegel, weil er ein Nazi war. Nein. War nicht Dings da? Heidegger war doch der Nazi. Die waren alle drei. Nein, Hegel war ja ein Tod, bevor Hitler geboren wurde wahrscheinlich sogar. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Hegel ist 19. Jahrhundert. Sicher? Ja. Okay, warte mal. Aber ich glaube... Warte mal ganz kurz. Ihr habt es jetzt so arrogant gesagt, aber ich bin mir eigentlich sicher. Ah, ich weiß es nicht. Okay, ich bin mir gerade unsicher. Aber auf jeden Fall Heidegger, von dem weiß man das. Also Kant hatte auch ein paar antisemitische Zeilen anscheinend. Nein, nein, so Wegbereiter vielleicht, denkerisch. Das kann sein. Okay. So, dass man deren Ideen nimmt und dann irgendwie aus irgendwelchen Ideen dann daraus macht, so Jau, Juden oder so. Aber Kant hatte direkte antisemitistische Zitate, oder? Okay, also wenn wir über den gleichen Hegel sprechen, dann hast du recht. Ja, dann habe ich den verwechseln mit Heidegger. Ja gut, Alter, dann von Froster sind wir hier in Sinnlosen-Philosophie-Tauke gedriftet, wo wir gerade beide keine Ahnung haben. Das ist mein Lieblingsphilosoph. Es gibt Leute, die sagen sowas. Ich habe ja in einer Folge darüber erzählt, wie ich so prätentiös-philosophisch geredet habe. Und das war dann so dein Style? Nee, so weit bin ich nicht gegangen. Es gab Leute, die haben sogar das, also die sind da so richtig deep eingestiegen. Ja, stimmt. Wir sind einmal mit dem Kurs Philosophie, das war so praktische Philosophie-Seminarkurs. Das war gerade so. Ethik, Moral so? Ja, genau. Und das war erst die Woche. Und das war komisch, weil ich habe später erst mit Philosophie angefangen. Ich habe erst Politikwissenschaften gemacht, ist doch egal, und dann in Philosophie rein. Ich war irgendwie Drittsemester, aber war in Philosophie Erstsemester. Das war irgendwie so. Auf jeden Fall war es nicht mein erster Tag an der Uni, aber ich habe diese erste Sache mitgemacht, um mit diesem Philosophie-Ding irgendwie so auch Anschluss zu haben und irgendwie zu checken, was abgeht. Es gab so eine Saufahrt und es war so witzig zu sehen, weil da hatten wir so Tutoren, die waren einfach so im fünften Semester Philosophie. Das waren auch so Bachelor-Studenten, die aber so die Schlauen oder die Alten waren oder was auch immer. Und die haben sich so an diese RC-Mädels so rangemacht. Echt? Ja, es war voll. Und dann irgendwie so, ja, also das ist dann so und so. Also dieses Philosophie-Ding so raushängen lassen. Scheiße. Und so als Player-Tool benutzen eigentlich. Ja, ja. Und die waren dann so, naja, das ist dann. Und ich habe so, fuck, ey, das ist echt, das ist jeder das Game. Ja, witzig. Also ich glaube, allen Erstis wird es irgendwie so vorgeschlagen, diese Ersti-Fahrt zu machen. Das heißt ja auch so. Übrigens, alles, was vor der Sache ein Ersti hängen hat, ist uncool. Ja. Ersti-Fahrt, Ersti-Restaurant. Aber es ist schon gut, da dabei zu sein, weil sonst, es ist schon gut, das mal mitzukriegen. Also. Ja, ich war da nicht bei. Ich wollte es nicht. Also ich konnte es mir gar nicht vorstellen. Ich kann dich auch nicht auf eine Ersti-Fahrt vorstellen. Nee, wenn ich es mir jetzt sogar auch nochmal vorstelle, da zieht sich wirklich mein Magen zusammen. Also ich wollte echt nicht da. Was meinst du, Ersti-Fahrt, also wo man wirklich wegfährt oder einfach so einen Kneipenabend? Weil Ersti-Fahrt habe ich auch nicht gemacht. Ach so, ich dachte, du meinst diese Fahrt. Nee, ich glaube, das wurde bei uns gar nicht angeboten. Ah ja, wir hatten so eine Ersti-Fahrt, so nach so zwei Wochen. Ich fahre doch nicht mit zwei Wochen. Also ich war so völlig fremden wie mich. Ich fahre doch nicht nach zwei Wochen, oder gefühlt zwei Wochen. Ich weiß nicht, wie viel später es dann war. Aber ja, das wollte ich einfach gefallen. Das ist irgendwie unangenehm. Zu einem See und dann da ist ein Haus und dann bist du einfach mit Fremden in einem Haus an einem See. Ah ja, ja, das ist irgendwie, das ist so Kennenlernen unter Hochdruck. So, komm, wir saufen alle und wir sind jetzt hier auf diesem engen Raum. Ja, und dann, also ich meine, da ficken ja auch Leute. Ja, ja. Aber ich war ja echt bereit, das Ausfall zu lassen. Ich bin auch hier nicht dabei. Ja, ja, also ich bin da echt bereit. Nee, wir hatten einfach so einen Kneipenabend. Ja, ja. Den habe ich aber auch nicht mitgemacht. Den hatten wir auch. Ah ja, ja. Ja, aber der eine Tutu hatte, glaube ich. Das war sein Abend. Ach so, das war sein Abend? Ja, das war so. Hat er da mehrere irgendwie? Nein, nein, das war einfach nur so ein Mädel und so. Die hat er dann klar gemacht mit? Ja, schon. Hegel. Schon, ja, wirklich. Also klar gemacht mit Surkamp. Mit Surkamp. Mit Drecklampücher. Drecklampücher. Ach sie, so lange beworfen. Obwohl sie war total, eigentlich muss ich sagen, er hat gar nicht so krass es gemacht. Ich meine, er hat die Rolle gerne gespielt, so, aber sie war auch so total so, ich bin im ersten Semester und bin so super fasziniert und war dann so, ja, ich will philosophieren. Was sind deine Gedanken? Also sie hat so viel zu große Fragen gestellt. Sie wollte über den Sinn des Lebens reden in der ersten Woche. So ein bisschen dieses Phänomen von, wenn man neu ist in einer Sache, dass man gleich die größten Fragen machen würde. Und das war das plus Alkohol. Ich glaube, viele Leute wollen auch dann dieser Mensch sein. Die haben dann diese Vorstellung von, ja, ich bin mit diesem weisen 25-Jährigen zusammen oder was auch immer. Das ist schon Mitte 20. Ja. Das ist schon Mitte 20. Was sind deine Gedanken mit Mitte 20? Ich weiß es nicht. Was ich ganz interessant finde, es gibt wirklich ja mittlerweile an den Unis immer mehr so kulturwissenschaftliche Fächer, sozusagen. Gibt es mehr oder hat man den Eindruck, dass es mehr gibt? Also ich glaube, dass beide stimmt, dass man den Eindruck hat, weil es einfach auch mehr gibt. Ziemlich sicher. So, keine Ahnung. Indien, Kultur, bla bla, Amerikanistik, was ich ja auch im Nebenfach studiert habe. Dann, was gibt es noch? Also, alle diese Formen von Orientstudien oder was auch immer es alles gibt. Du weißt, was ich meine. Afrika, bla. Ja, Afrika Studies. Afrika Studies. Moment, ich schaue mal eine kurze Sache nach. Ja, nee. Ja, ist gut. Und was ich mir einfach denke, ich glaube, diese Leute müssen doch irgendwann panisch werden. Wenn es auf den Abschluss zugeht? Ja, weil ab irgendwann ist das Studium vorbei und dann ist die Frage, was macht man dann irgendwie mit diesem Studium? Und ich glaube, dass auch viele Leute, die zum Beispiel sowas wie Gender Studies, was ja auch im Verruf zum Teil gerät in einigen Kreisen oder sehr viel Kritik erntet. Auf sich zieht. Genau. Im Endeffekt ist wirklich, dass ich die Frage dann, also wie viele von denen braucht man? Ja. Das ist ja auch schon bei Philosophie so eine Kritik. Wie viele von den Gendern? Ja, das so, beides. Beide Fragen stellen sich. Beide Fragen stellen sich. Ja. Da stellt sich der Philosoph diese Frage. Ja. Was ist dein Lieblingsgender? Also, ich mag ja Scrabbles. Ja, ja. Ich mag, das sind Leute, die sich Montag bis Mittwoch als lesbische Frau identifizieren und Donnerstag bis Sonntag, einschließlich des Sonnabends, als heterosexueller Mann. Ah, okay. Ja, ich mag, was mag ich? Keine Ahnung, das ist Spaß. Mir fällt nichts ein. Wie, aber was meintest du? Also, diese Gender. Irgendwann muss es auch so einen Moment geben, wo man sich dann so fragt, ja, was man dann sozusagen macht. Und das ist ja auch schwer. Die müssen dann irgendwie um ihre Recht, um ihre Daseinsberechtigung quasi kämpfen. Das ist interessant. Ja, und ich mir denke, was soll denn da irgendwie passieren? Also, ab irgendwann wurden dann die Gender genannt, die es sozusagen, die sie sagen, dass es es gibt. Und, ja, ich weiß gar nicht, was dann danach so großartig passiert danach. Also, ich bin auch auf eine Art natürlich voreingenommen. Ich bin da nicht komplett sozusagen, wobei, ich bin da, ich, nein, wenn ich ganz neutral an diese Sache rangehe, dann freue ich mich sozusagen an. Ja, ich identifiziere mich in dieser Diskussion als Frau übrigens. Ah, ja, das ist cool. Ja, das habe ich noch niemandem erzählt. Das sage ich dir jetzt. Ah, scheiße. Aber nur für diese. Ich bin so gender liquid. Also, das ist so, weißt du? Du bist liquide einfach. Ja, ich kann einfach sozusagen, ich lege mich da nicht fest. Super. Ja, also, zum Beispiel, Freitags im Matrix, wenn Ladies Night ist, dann bin ich eine Lady. Und ich will auch wie eine behandelt werden. Ja, genau. Ich möchte nicht, dass du für eure Rabatte haben. Ich glaube aber echt nicht, dass du Freitags im Matrix eine Lady sein willst. Nee, das auch nicht. Ich glaube, das läuft auf viel halbe sexuelle Belästigung mindestens hinaus. Ja, aber. Übrigens, weißt du, was ich auch interessant finde? Zum Beispiel, man sagt ja für die Frau, wenn sie sexpositiv ist, sagt man ja mittlerweile, wenn jemand so rumruhrt, dann ist das Spaß. Ich meine, wenn wir diese Jokes machen, alle wissen, wie das gemeint ist. Aber ich meine, wenn eine Frau sehr viel Sex hat, dann gilt sie zu sagen, dann sagt man im Volksmund Schlampe, nein, Spaß, aber. Nein, aber du verstehst, was ich sage. Generell gibt es dann da negative Begriffe, die negativ konnotiert sind, genau. Und beim Mann ist es dann so, ja, keine Ahnung, der ist ein was auch immer. Der Stecher. Der ist ein Stecher oder ein Hengst. Aber. Gibt es diese altertümlichen. Ja, ich meine. Das ist ein Hengst. Das ist ein Hengst, Daniel. Das ist ein Hengst. Du hast keine Ahnung von Hengst. Ich kenne Tom Hengst. Okay. Ist er eigentlich raus aus Quarantäne? Als Zwischenfrage nur. Ich weiß nicht. Ich habe nur gehört, wie er reingegangen ist, aber seitdem nichts mehr von ihm gehört. Keine Ahnung, ich hoffe, er hat diesen Volleyball noch, ich weiß es nicht. Ich hoffe, Xavier hatte keinem nicht recht. Ja, stimmt. Ich hoffe, Xavier hatte nicht recht. Okay, aber. Was war das alles, was ich gesagt habe? Sex positiv. Ja, genau, und bei Männern gibt es dann diesen, genau, und es gibt dann auch so eine Kritik, dass eben, warum, wenn Frauen so sexpositiv sind, gibt es nur diesen negativen Begriffen. Und bei Männern ist es tatsächlich dann so, oh krass, er ist ein Stecher. Also das ist so wie eine Leistung. Ja. Weil es tatsächlich eine Leistung ist. Also es ist, ja, am Ende des Tages ist es viel mehr bei dem einen Geschlechten eine Leistung als bei dem anderen. Also, das ist jetzt kein Geheimnis für viele, falls ihr das Leben leben wolltet als Frau, aber wenn ihr, wenn man in einen Club geht als Frau oder einfach nur so. Einfach nur da ist. Absurdes Szenario, aber auch einfach, wenn man nur da ist, wird man ja auch wahrscheinlich sozusagen viel mehr angesprochen und die Wahrscheinlichkeit ist einfach dann höher, dass man dann irgendwie Sex hat. Aber wenn man einfach als Frau sagt, so, yo, ich habe Bock auf Sex, einfach nur so mehrere Male so einfach am Typen vorbeiläuft, so, Sex. Wir haben einfach nur so Sex, 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 hab ich ja Sex gehört. Dann, ey, keine Ahnung, auch wenn es sogar weird ist, dann würden... Nein, nicht, wenn es zu weird ist. Das habe ich auch schon mal erlebt. Dann denkst du dir, boah, die ist richtig komisch. Ja, klar, aber trotzdem wird es immer noch einen Typen geben, der so lange keinen Sex hat, der so, ja, das ist weird, aber ich werde da Sex haben. Ja. Aber Frauen, jetzt generell gesprochen, und das ist ja, finde ich, eine positive Eigenschaft, sind sozusagen viel wählerischer und vorsichtiger und sensibler. Ja. Und denen fällt diese Weirdness viel mehr dann auf, weißt du? Ja, das ist direkt... Und die schauen viel mehr so... Auf Signale. Auf Signale, soziale Signale, vielleicht auf das Umfeld, so. Ah ja, krass, der Typ schreit die ganze Sex, der ist weird, keine Ahnung, den nehme ich nicht mit nach Hause. Und, ähm, ja, das ist sozusagen für den Typen, also jetzt auch einfach alleine in diesem Szenario ja viel mehr sozusagen eine Leistung. Also ich weiß gar nicht. Und außerdem, äh, ich finde es auch nicht, also ich meine, wenn ich, wenn ich hier jetzt höre, der Typ ist voller Stecher, dann denke ich mir nicht so, boah, geil. Also er ist ja nicht für mich geil. Ja, aber bis zu einem gewissen Alter eine ganze Weile ist man eigentlich von der Gesellschaft schon so programmiert, das cool zu finden. Ja, äh, also weiß ich nicht, also, ja, keine Ahnung, vielleicht auch so, ja, James Bond ist ein Stecher. Ja, so. Ja, der Typ musste ein Geheimagent sein, er musste echt viele Russen umbringen, damit er diese Models bangen konnte. Ist voller Umweg. Ist voller Umweg. Ja, aber du verstehst, was ich meine. Ich verstehe, was du meinst. Würdest du dem zustimmen, oder? Ich würde dem, ähm, wie sagt man? Oder sind wir uns da nicht einig? Ich würde dem, äh, uneingeschränkt zustimmen, so wollte ich sogar. Uneingeschränkt. Aber ich glaube, das ist ja wirklich kein Geheimnis. Ist komisch, wenn das jetzt zu sagen, ja, ich meine, natürlich ist es schwieriger. Ich meine, Frau, ich glaube, Frauen haben sozusagen andere Probleme, die kriegen halt Angebote. Ja. Aber 99 Prozent davon sind unangenehm, sagen wir mal, oder halt ein bisschen weniger Prozent. Und dann haben sie diesen Struggle, aber sie haben nicht den Struggle von, dass keiner will. Hm. Zumindest im Club und in Bars und so. Ja. Wenn es jetzt darum geht, wirklich einen Partner zu finden, dann ist es genauso schwer. Zum Beispiel auch in DMs auf Instagram. Ja, klar. Wenn da zum Teil weibliche Comedians ihre DMs irgendwie vorlesen und auch, also nicht bekannte Comedians und bekannte Comedians, zum Beispiel anscheinend auch Whitney Cummings oder so, die bekommt einfach am Tag so, was auch immer, so, keine Ahnung, sagen wir mal, so Hunderte einfach. Ja. Von wirklich ekeligen Nachrichten. Also, die bekommt echt viel davon. Ich verstehe aber wirklich nicht, was das Kalkül ist von den Typen, die das schreiben, weil keiner von denen kann sich ja wirklich denken, jo, dann geht was. Ja, ich wollte auch mal darüber einen Joke machen und sozusagen, vielleicht werde ich das auch mal einfach auf der Bühne erzählen, aber jetzt weiß ich nicht, wann wir das nächste Mal auftreten können, überhaupt allgemein. Deswegen, aber ja, tatsächlich, es gibt ja voll viele Typen, die bei Tinder einfach nur so schreiben, so Ficken, Fragezeichen, und ich verstehe diese Logik dahinter nicht so ganz. Das ist sogar noch, das hat was Realistischeres, weil wenn du dann, hatten wir nicht mal drüber geredet, wenn du dann ein wirklich gutes Profil hast, wirklich so ein professionelles Tinder-Profil, dann kann das bei einigen sogar klappen. Ja, okay, wahrscheinlich. Aber ich glaube, diese DMs, die du meinst, sind so, ich finde dich so geil, würde gerne raufspritzen auf deinen Kopf, Alter. Auf deinen Bauchnabel. Auf deine Stirn. Äh, ja. Du hast sie doch nicht mal alle, du. Ja. So. Ja, genau. Also, das Kalkül, ich glaube, da geht es wirklich nur darum, irgendwie so ein bisschen einfach aufzufallen. Ja, aufzufallen oder so ein bisschen, vielleicht ist es ein Machtding oder ich weiß nicht. Ich schreibe das jetzt genauso wie wenn man jemanden fast beleidigt. Aber im Endeffekt, so ein ganz normales Date zu bekommen oder dann im Endeffekt, ja, also einfach ein ganz normales Date zu bekommen, eine Frau auszuführen. Auszuführen. Ist ja schon sozusagen. Sie in ein Restaurant auszuführen. Ja, sie in ein Restaurant zu bringen. Und ihr Rosen zu kaufen. Ist ja schon eine Schwierigkeit quasi an sich. Ja. Weißt du? Und. Ich glaube, da ist sozusagen die Schwierigkeiten auf beiden Seiten ungefähr gleich. Sozusagen ein normales Date zu haben. Ja, genau. Das meine ich jetzt bloß gerade gar nicht. Aber dieses Sexangebote im Club-Ding, das ist so krass anders. Nee, jetzt einfach nur mit den Typen, die dann so extrem eklige Sachen schreiben. Also, das ist ja schon an sich schwierig, ganz normal zu sein und dann halt auf ein Date zu gehen, so mit einem Mädel so, dass man sich überhaupt mag, ist sozusagen schwierig. Und dann aber, also quasi sozusagen durch die Tür alleine schon zu gehen, ist schwierig. Ja. Also, ganz normal durch die Tür zu gehen, ist schon schwierig. Richtig ist eine Leistung an sich und die sind dann, nee, nee, mit dem Kopf durch die Wand tatsächlich. Also, weißt du, mit den Nachrichten. Ja, klar. Was ja gar keinen Sinn macht, weil, ja, was soll denn da passieren? Doch, es macht Sinn. Es macht Sinn. Weil, weil ich, ich, ich glaube, das Ding ist, es ist schwieriger, eine Frau wirklich normal anzumachen, als sie richtig weird anzumachen. Ich glaube, voll viele Typen machen Frauen richtig lieber komisch an und schreiben irgendeine komische Scheiße, ob es jetzt zu super ironisch, bla bla, funny, komisch ist oder irgendwie so ein komischen Move, weil man sich dann immer hinterher sagen kann, ja, ich hab's auch nicht richtig versucht. Ist so wie der Typ, der nicht gelernt hat, um bei der Prüfung, um dann zu sagen, ja, hätte ich gelernt. Ja, genau. Ja, das stimmt. Eben. Und du hast es nie richtig versucht. Und du hast dich nie verletzlich gemacht. Ja, genau. Hey, ich zeig auch wirklich Interesse so. Und ich hab, ich hatte Lust, also ich hätte, also wirklich so langweilig es auch klingt, ich hatte Lust, dich kennenzulernen. Ja, ja. So, und ich glaube, das ist eigentlich schwieriger als so, ja, weiß was ich, Alter, kann man die Dinger auch melken? Ja. So, hä, hä, sie hat nicht geantwortet, aber guck mal, Jungs, geiler Melkwitz. Ja. Hat man wieder einen guten Melkwitz rausgehauen. So, das ist, ich glaube, das ist die Logik irgendwie dahinter, dass man sich denkt, ja, ich hab auch schon mal Mädels aus Unsicherheit, jetzt nicht in DMs oder so, aber so im Club, dann so, also wo ich mir hinterher eingestehen muss, ah, okay, da hatte ich nicht die Eier so, irgendwie so witzig angemacht, wo ich mir denke, ja, eigentlich, ich glaube, hätte ich es irgendwie noch mal gemacht und die Male, wo ich es noch mal gemacht habe, waren die Resultate wirklich, also, also unabhängig davon, wohin es geführt hat, aber einfach nur so, es war besser, es kam besser an als irgendwie so ein, was weiß ich, Alter, irgendwelche Moves, die ich im Club damals gemacht habe, irgendwie so wie komisch tanzen, weißt du, dann bist du der Spass, der so ironisch tanzt. Ah, ja. Das ist irgendwie das, ja, ey, entweder du. Weil Frauen auf dem Team stehen, ne? Ja, oder auch allgemein, allgemein, das ist auch ein Beispiel, tanzen, entweder man tanzt oder man lässt es, aber nicht dieses komisch, ironisch, ich bin so verrückt tanzen. Ja, ja. Bin der, so done that und es ist nur, es ist nur whack. Ja, ja, klar. Und ich glaube, das ist ein bisschen die Logik, dieses, ich hab's ja gar nicht richtig versucht, also, haha. Ich war einmal ganz, also ich war richtig krass überrascht von einem Mädel, die, so eine Freundin von mir, die auch in einer Bar gearbeitet hat und so und was Frauen anging, hab ich ihrer Meinung so voll vertraut, irgendwie so. Ja. Weißt du, weil die hatte so, sie schön so Ahnung zu haben. Ja, Insider. Es gibt auch Mädels, die wirklich mehr Ahnung haben als andere. Ja. Manchmal denkt man, wir wissen alle Bescheid, aber einige geben dir furchtbare Tipps. Ja, also keine Ahnung, sah gut aus und ist jetzt nicht unbedingt ein Kriterium dafür, aber dann war ich so, ah, okay, krass. Ja. Und dann hat sie, also wie gesagt, sie hat selbst auch in einer Bar gearbeitet und war auch selbst auch viel auf Partys, so auch in Berlin einfach allgemein viel unterwegs und so. Und dann hat sie irgendwann mal gesagt, so, dass sie, dass sie Männer nicht respektieren kann, wenn sie tanzen. Und dann war ich so, was? Also ich dachte mir so, krass, also eigentlich mag ich so voll abzugehen. Ja. Und ich dachte, Frauen mögen es, wenn Männer tanzen und da war es für mich so, boah, krass. Also ich glaube, ich habe dann so für einen Monat oder so, also das war noch eine Zeit, wo ich so mehr auf Partys gegangen bin. Ja. Ich glaube, ich hatte es dann einfach voll in meinem Kopf. Ah, okay. Genau, also irgendwann natürlich, also habe ich es abgelegt und für einige ist es, also sie hat es auch wahrscheinlich nicht zu einem Prozent ernst gemeint und ich glaube, es kommt auch auf den Typen an. Du warst ja so auf dem Dance-Flog und hast so Spaß und diese Stimme so, diese Stimme so, krass, ich werde gerade nicht respektiert. Uh, na genau. Ich werde gerade nicht respektiert. Aber sie hat es schon richtig so drastisch ausgedrückt. Also sie hat es wirklich so auch gesagt. Ich glaube, sie hat so gesagt, ja, irgendwie sowas in der Art. Kein Respekt. Ja, oder kann ich mich nicht anschauen, irgendwie sowas in der Art. Das war schon sozusagen extrem. Aber das hat mich auch krass gewundert, weil sie auch sozusagen viel auf Partys war und so. Aber, ja, da war ich so, ah, holy shit, echt? Ja, okay, aber dann ist es so ein... Also ich glaube, ich habe es sogar schon mal auch nochmal... Also ich habe es sogar, ja, keine Ahnung. Aber wie gesagt, es gibt genug Frauen, die das dann mögen, wenn man einfach Spaß hat und tanzt. Auch wenn nicht mal gut, einfach nicht mal gut tanzt, sondern einfach nur daran Spaß hat. Ja, klar. Also ich meine, die meisten Leute, so erst recht die meisten Deutschen, die einfach so im Büro arbeiten, die können ja nicht gut tanzen. Tanzen furchtbar. Ja, die... Also ich glaube, sobald du mehr als zwei Artikel von Jack Wolfskin hast, kannst du, glaube ich, nicht so gut tanzen. Oder Superdry. Superdry? Ich weiß gar nicht. Ist das so eine Marke? Oder Brax. Was ist Brax? Also so eine alte Herrenmarke. Mein Vater hat Sachen von Brax. Ah ja, genau. Aber ich glaube, das ist so korreliert. Ah ja. Und genau. Und ich glaube, deren Frauen mögen es einfach ihren Mann so zu sehen, wie er einfach nur abgeht. Also der tanzt dann gar nicht gut. Aber ich glaube, man mag es einfach, denjenigen Spaß haben zu sehen. Ich glaube, das ist auch schon so eine Art Turn-on. Ja, ich glaube, andersrum gedacht. Ich habe es noch nie von Typen gehört, dass sie es scheiße finden, wenn Mädels tanzen. Nee, natürlich nicht. Das ist, glaube ich, fast eine 100-Prozent-Quote, dass man es gut findet. Ja, aber das ist komisch. Das ist quasi in unserer Kultur so, ja, der Mann ist cool an der Bar und die Frau tanzt weiblich. Der Mann stellt sich richtig einen rein. Ich gehe auf Partys, um mir richtig einen reinzustellen. Genau. Aber in anderen Kulturen, also keine Ahnung, was auch immer, jetzt ohne viel Kenntnis darüber zu haben, aber in ein paar afrikanischen Kulturen, sagen wir das einfach so, da ist es auch so ein Kontinent, Afrika. Ja, wir müssen klarstellen, dass es ein Kontinent ist. Genau, da ist es, glaube ich, auch anders angesehen. Hey, aber auch bei Iranern oder Türken oder Arabern oder so. Können die Iraner gut tanzen? Die haben dann ihren Tanz, ne? Die haben ihren Tanz, den ich nie gelernt habe, wurde mir nie gezeigt. Das hält mich immer weiter. Ich war noch nie auf einer persischen Party. Also ich war auf so Hochzeiten, ein, zwei und so Geburtstagen oder so immer, aber es gibt so Persian Night. Da habe ich immer auch richtig Abstand von gehalten. Persian Night? Ja, das ist so. Das ist das Ding. Ja, es hat sich immer wie so angehört, auch aus den Storys und so, wie ich Iraner kenne, extrem anstrengend, weil es immer so ein Schaulaufen ist. Ich war nie da. Ja, ja. So ein Schaulaufen und Iraner sind so. Wer hat die bessere Nase? Wer hat die bessere Nase? Wessen Kind hat Medizin studiert und schneller Medizin studiert? Ach, dein Kind ist Arzt? Ja, aber es hat eine chronische Nase. Ja, was ist, ähm, ja. Mein Kind hat sich operiert. Genau. Deswegen nie da gewesen. Ja, witzigerweise habe ich so, von denen habe ich ja schon mal erzählt, das ist ein russisches Paar, mit dem ich so zur Schule gegangen bin und so. Die haben mir dann von russischen Partys erzählt. Ich war nie auf russischen Partys hier in Berlin. Also einfach nur so zu Geburtstagen oder so vielleicht. Das ist so was anderes als ein russischer Club, die gibt es ja auch, ich glaube so in Lichtenberg oder Marzahn oder irgendwie sowas in Bremen. Und Alter, was ich da auch gehört habe, also das konnte ich mir einfach nicht vorstellen, das dann zu machen. Also dass es da, glaube ich, auch sehr, sehr regelmäßig so Schickereien gibt. In Bremen auch in einem Club. Skala. Wie, russischer Club? Ja, aber heißt Skala irgendwas auf Russisch? Würde ich jetzt, nein. Skala? Ne. Ich glaube, das ist sowas wie Skala. Und dass sie dann da völlig anders abgehen und ja, nochmal da ein anderes Temperament beweisen. Du drückst es gerade aus, als wärst du irgendwie der Berliner Insenator und du musst jetzt auf einer Pressekonferenz, so den Geschehen ist. Ja, es war wohl ein anderes Temperament. Ich weiß nicht, da habe ich mit einem Uber-Fahrer so darüber gesprochen. Sonnallee ist ja eine sehr arabische Straße. Das müssen die meisten mittlerweile wissen, die sogar nicht in Berlin wohnen. Also wirklich sehr dominiert von Arabern einfach. Also ich glaube, da gibt es keine andere Kultur mehr oder weniger. Es gibt ja auch keine Türken. Ja, genau. So jeder Laden ist arabisch, jedes Wettbüro oder was auch immer, jede Shisha-Bar und so. Ja, es sind auch komplett arabische. Teilweise gibt es Läden, glaube ich, die keine deutsche Schrift überhaupt haben. Also du weißt aber nicht, was da drin ist. Ja, du weißt aber nicht, was da drin ist. Das ist einfach nicht. Ja, ja. Ja. Aber was wolltest du sagen? Ja, Frank, was wollte ich gerade sagen? Scheiße. Ein Uber-Fahrer? Ja, genau, genau. Mit dem hatte ich gesprochen. Er selbst war Araber, aber sind jüngere Araber und so. Und der wohnt jetzt auch irgendwie mittlerweile in Marzahn. Er ist in Neukölln aufgewachsen. Und der und sein Vater hatte dann die ganze, keine Ahnung, Problematik, das Bezirk satt. Die ganze Gewalt. Früher war es noch schlimmer. Und da sind die weggezogen in Marzahn und irgendwie haben wir darüber gesprochen, so Sauna Lee ist jetzt immer noch ziemlich belebt. Also trotz Corona und so geht da viel ab. Achso, okay. Und dann habe ich ihn so angesprochen und meinte so, ja und, Sauna Lee ist immer noch voll, oder? Und dann meinte er so, ja, ich muss mich jetzt hier vorsichtig ausdrücken, weil ich möchte nicht mein Volk in den Dreck ziehen. Und ich bin sowas in der Art. Also das war so ein richtig direkter Einstiegssatz. Ja, genau. Für alles, was danach kommt. Ja, genau. Also hat er dann auch nicht gemacht, aber das hat ja schon gereicht zu sagen. Das ist okay. Ja, aber das war nicht so sympathisch. Ich muss mich jetzt vorsichtig. Ja, ja. Ich bin sauer auf mein Volk. Ich will aber auch, dass es gut dasteht. Genau. Ja, krass. Weil irgendwie hat er Position bezogen, aber noch sehr diplomatisch irgendwie. Ja, das reicht wirklich. Das reicht aus. Also alles war gesagt und auch seine Position war auch klar. Ja, genau. Aber ja, kein Plan. Das ist nichts für mich. Aber dieses Leben, so Schlägereien danach und was auch immer, das ist auch nichts. Das wäre komisch, wenn das jetzt dein Leben wäre. Ich war einmal auf einer russischen Party, gerade in diesem, ich glaube der Laden hieß Skala in Bremen. Und da hatte ich auch eins der wenigen Male die Situation, deswegen kann ich mich auch voll erinnern, dass ich auf der Toilette war und ich pisste so und neben mir ist irgendwie ein Typ und dann gehe ich rum zum Händewaschen und dann, ich weiß nicht, was er war oder sein Kumpel, also dass ich wirklich so von einem Besoffenen einfach so völlig grundlos angemacht wurde und er sich mit mir prügeln wollte. Und dachte ich mir, krass, das sind Russen. Ja. Also er war so, also ich war so, hä, was? Das ist ja wie im Film hier gerade, was ist denn hier los? Und er so, nee, danke, alles gut, genau, ja, wir sind alle Brüder, genau, wir sind alle, damit kommt man immer, okay, wir sind alle Brüder, wir sind alle, im Endeffekt. Das ist eigentlich ein guter Satz allgemein, wenn man irgendwo erwischt wird auch, also zum Beispiel auch irgendwie beim Schwarzfahren, du wirst beim Schwarzfahren erwischt und dann sage ich, hey, wir sind alle Brüder. Nein, wir sind alle Brüder. Aber wirklich, witzigerweise, irgendwie auch Uber-Fahrer oder, ich glaube, ich weiß nicht, ob er Türke oder Araber war, aber der meinte auch, wenn er so ausländische Kontrolleure sieht, dann macht er immer so ein Abi und so, weißt du? Ach echt? Und er hat gesagt, dass es voll auch funktioniert hat, dass sie ihn einfach so laufen lassen. Aber wirklich? Ja, der verbrüdert sich dann mit denen in dem Moment. Hattest du nicht mal so ein Bit dazu? Weiß ich gerade gar nicht. Dass du dir denkst, was für Verräter? Ach so, ja, genau, ja, das hatte ich, genau, aber nicht, dass man sich da... Ach so, aber das ist ja das Thema. Ja, genau, aber ich habe mir schon voll auch gedacht, so, jo, also wenn es so ausländische Kontrolleure gibt und die dann durch die U-Bahn laufen und dann einfach so Ausländer basten und dann dachte ich mir so, ey, ernsthaft, vor den Deutschen? Also das ist so voll die... Wir stehen beide nicht gut da. Verräter-Move, nee, absolut nicht, ey. Ey, ich habe mich gestern richtig komisch gefühlt. Ähm, ungefähr ähnlich von der Dynamik. Ähm, mir wurde gestern irgendwie was zugestellt, ein Schrank, was auch immer, eine kleine Sache. Ähm, gar nicht so klein, weil es ist in der Geschichte und die, ähm, es waren drei Leute, die reingekommen sind, ähm, Möbellieferanten. Ja. So, der, der eine Typ, mit dem ich auch telefoniert habe, die haben dann so diesen Service, die rufen eine halbe Stunde vorher an, hey, wir kommen dann gleich, weil die haben so ein Riesenzeitfenster angegeben. Aber interessant, dass das alles während Corona passiert, ja? Ja, 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 die sind da voll, voll dran. Und bei mir wurde erst, ich hatte ein Zeitfenster angegeben, 15 Uhr bis 22 Uhr. Das war Home 24, so. Und, und ich war da eh zu Hause, so, ja, ist kein Problem, jetzt da zu sein. Und dann haben die, dachte ich, irgendwann dachte ich mir, die kommen nicht mehr, dann haben die um halb zehn angerufen. Ich war wirklich der letzte Kunde, so. Ist auch wirklich egal. Der Typ ist so ein Berliner Typ, spricht so mit mir, ja, ja, wir sind dann gleich da, ne, wir sind ein bisschen im Verkehr, so. Ich meine so, ja, kein Problem und so, bla. Dann kommt er an und es ist so ein, so ein, ich weiß nicht, so ein deutscher, großer, kräftiger Typ mit so Tattoos und so, er hatte irgendwie so, ich weiß gar nicht, was der ausdrückt, ob Ostberliner oder ob das das Ding ist, also so, er sah so aus, als wäre er ein Aussteiger bei den Hells Angels. Okay, aber das ist ja Beschreibung genug. Ja, also es war voll nett, also auch irgendwie so ein bisschen auch so weiß. Nicht, aber es hat gar nicht zu seinem Äußeren gepasst, weil er war so, eigentlich so, er sah aus wie ein Hells Angels, aber der jetzt Möbellieferant ist und so eine krasse Zeit da hatte. Keine Ahnung. Ich glaube, kann man auch parallel sein. Man kann ja auch weiter sein. Na, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn du bei den Hells Angels bist, machst du nicht den Job mehr. Ja, das kommt davon auf das Level, aber ich meine, du bekommst dadurch nicht unbedingt das Money, also was für ein Money sollst du bekommen. Also ich meine, wenn du auf seinen niedrigsten Stufen, also es gibt ja verschiedene. Ja, okay, stimmt. Wenn ihr Ahnung habt zur Bezahlstruktur bei den Hells Angels. Bitte in den DMs. Jedenfalls, also so ein Typ, so eine Präsenz, groß, kräftig und so. Kommt so rein, ich sehe erstmal nur ihn und er dann so, ja, blau. Und ich dann so, ja genau, hier einmal durch. Ich hatte den Bereich schon freigemacht, wo die Sachen hin sollen. Das ist ja auch so, dass sie das dann hinbringen und das ist so, was auch immer. Dass sie es nicht einfach direkt an die Tür stellen, sondern an den Ort bringen. Das ist alles cool. Und dann hinter ihm zwei dünne, kleine, schwarze Männer, die diese Sachen tragen. Das sah so komisch aus und ich habe mich sofort richtig, richtig einfach so, ah fuck. Weil die letzten Leute, denen ich sagen will, wohin die irgendwas tun sollen, sind schon schwarze Männer. Einfach denen ich irgendwie so eine Ansage. Ich war sofort so, ja, ja genau, also wie es passt, einfach so. Und die haben auch kein Wort geredet, waren richtig still. Und dann dieser große, starke, weiße Mann, der so deren Chef ist. Und diese Typen, ey, es war wirklich einfach so eine, als hätte man so einen Kurzfilm über Rassismus und so Machtstrukturen gedreht und man sich so denkt, ja, als ob so. Es gibt auch viele weiße Möbeldifferente, als ob das so ist. Aber da war das wirklich so, der große, weiße Mann. Der dann selber nicht getragen hat? Nee, der hat gar nichts getragen. Der hatte nur das Clipboard drin, obwohl der stärker war jetzt die beiden zusammen. Also das Clipboard, ich musste dann da so unterschreiben. Er hat so mit mir geredet und er hat so, ja Jungs, komm mal rein. Und die Jungs haben dann so wirklich schweigend. Und ich habe dann diese Dinger getragen, so zwei, also es waren einfach zwei große, weißt und das war so, Alter, bin ich jetzt hier in so einem rassismuskritischen Kurzfilm gelandet und ich bin ein Teil des Bösen, des Systems. Ich bin der braune Mann, ich stehe dazwischen. Also wirklich, also wirklich die, das ist die letzte, also das ist die Ethnie, so wo, also wo ich wirklich, also willst halt dem schwarzen Mann nichts sagen. Also mach das oder dahin. Also ich habe, so, das ist aber richtig symbolisch. Du musstest dann quasi dem starken weißen Mann sagen, dass er das den schwarzen weitersagt. Ja, ich war so voll zurückhaltend auf einmal. Ich so, ja. Kannst du dir bitte sagen? Mhm, dann, jo, dankeschön. Was auf jeden Fall dann ein Sketch gewesen wäre, also fast schon wie so eine Art Prank, also weil es einfach dann so absurd wäre, das wäre sozusagen so krass. Ist, wenn die so, während sie diese Last getragen hätten, so diese Songs gesund hätten. Und so was auch immer und du bist so, holy shit. Ist das normal, wenn ich bei Möbelhaus24 hätte, dann rufe ich einen anderen Song rein. Ja, und dann setze ich mich so gegen Rassismus ein und habe ein Problem damit und rufe da an und sage so, ey, hört mal auf, also das mit den Schwarzen, das hat mir gar nicht gefallen. Und dann verlieren die deswegen ihren Job. Ja, genau. So, ey, es war mir zu unangenehm. Ich habe mich rassistisch gefühlt. Können Sie die beiden bitte entlassen? Weil das bringt einem wirklich eine ganz doofe Lage. Ja, krass. Aber haben die es dann an einem richtigen Punkt abgestellt? Die haben es da abgestellt und die waren so einfach so wirklich einfach, die waren einfach in ihrer Welt und er war in seiner Welt und er war so gut gelaunt und die haben einfach so auf dem Boden, also die waren so fast, als würden sie nur auf dem Boden gucken, einfach schweigen, das abarbeiten. Ich glaube auch, dass sie kaum Deutsch konnten, weil die haben wirklich nichts gesagt. Das andere Mal, wo ich in so einer Situation war, da fand ich es noch schlimmer, war in Hotels, war in einem Hotel, wo ich dann so wirklich zurückgekommen bin. Und also das klingt halt immer so, ich weiß nicht, also dieses, da war halt ein erwachsener, also ein erwachsener, schwarzer Mann macht mir mein Bett. So. Ja. Und dann dachte ich mir so, jo, nee, lass mal, lass mal gut sein, Alter. Das ist mir richtig unangenehm. High five. Ja, das ist so ein 50-jähriger Mann und dann halt sozusagen, das ist halt eine komische, das ist halt, ich weiß nicht, ob ich da zu verkopft bin wegen der Hautfarbe, aber irgendwie ist die Hautfarbe, spielt dann doch eine Rolle. Also wenn es dann einfach irgendwie ein Pole gewesen wäre. Das hatten wir aber schon mal, glaube ich, in die allgemeinen. Ja, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, so, dass sie dann so, mich an meine Eltern erinnern. Ja, genau. Aber dieses Ding, das ist dann nochmal, also das ist dann nochmal so ein, der schwarze Mann, einfach, weißt du? Also, weil das ist so eine historische Figur und die ist in so vielen Filmen vorgekommen und das ist so, kaum, glaube ich, eine Identität wurde so ausgebeutet wie der schwarze Mann. Ja, aber deswegen ist das sozusagen ein ganz interessanter Antirassismus, der absolut nicht zielführend wäre, wenn man dann sagen würde, so, nee, das darfst du nicht machen. Also, weißt du, du darfst ja nicht arbeiten, weil... Du bist einfach nur, also es gibt da kein richtig, du musst einfach nur so einfach wieder aus dem Zimmer gehen oder, ja, ja, danke. Ja, oder zum Beispiel bei vielen Hotels ist dann halt der, ich weiß nicht, wie man es nennt, aber der Typ an der Tür. Ja, wirklich noch so klassisch, klassisch black. Ja, genau, aber immer so sehr fein angezogen, also dieses, keine Ahnung, diese Art von Anzug oder so, wo ich mir auch denke, hä, aber warum muss es so wirklich wie in einem Film aus den 60ern sein? Ja. Ich verstehe das nicht. Also, das war ich auch in Italien, als ich in diesem Fake Ritz war. Ah, stimmt. Also, wo ich dachte, das war so. Ritz Carlton. Da war da auch schwarz. Heißt das Ritz Carlton? Ja, das ist original. Okay, genau. Ich weiß nicht, wie dein sie ist. Ja, meins sie ist Ritz Supreme. Also, na, keine Ahnung. Ritz nonstop. Nee, ich habe vergessen, wie meins hieß, tatsächlich. Ich habe es gerade wirklich vergessen. Genau, aber, ja, da war das genauso, ja. Ja. Wo ich mir denke, so, hä, ich verstehe das nicht. Also, warum? Meinst du, dass gewisse Berufe irgendwann, auch wenn das rassistische Regelwerk drumherum weg ist, dass sie dann sozusagen ein bisschen in einer Ethnie eher bleiben, weil das sozusagen von denen... Weil es die ganze Zeit funktioniert hat? Ja, nee, sozusagen... Okay, sagen wir mal, ich bin der schwarze Page oder Concierge? Ich weiß nicht, irgendein französisches Wort, der Türtyp. Ja, genau, ja. Ich gehe gerade in den Ruhestand. Ich höre so... Also, ich weiß, dass ich bald aufhören werde. Und dann sage ich den Leuten, also dem Hotel so... Ich habe einen Kumpel. Ich habe einen Kumpel. Ich kann jemanden besorgen. Ach so, ey. Vielleicht ist es einfach nur aus diesen dämlichen Gründen. Ja, es ist so Networking auf Rassebasis. Ah, ja. Also, einfach so, dass du dann sagst... Ja, okay, dann besorg jemanden. Und denen ist die Hautfarbe theoretisch egal. Aber es ist dann zufällig... Aber es ist relativ wahrscheinlich, dass... Ich glaube, der Typ hat auch nur schwarze Freunde. Ja, und das ist okay, dann kommt... Ja, ich meine, und außerdem... Genau, stimmt. Wenn es dann diesen Moment gibt, ist es ja auch wie das Hotel dann komisch zu sagen. Ja, aber könntest du einen nicht schwarzen Freund fragen? Ja, das geht dann eigentlich. Das geht dann eigentlich. Ey, vielleicht ist es deswegen. Ja, können wir downgraden auf Parki? Könntest du... Wir wollen mit jeder Generation heller werden. Ja. Wir wollen einfach... Siehst du dieses Ziel? Ja, ja, das Ziel ist... Stefan ist das Ziel. Da wollen wir hin. Da haben wir auch schon mal gesprochen, oder? Das fühlt sich immer komisch an, wenn im Hotel Leute unseres Alters... Oder jünger eigentlich. Oder jünger mit uns dann irgendwie so reden, als wären wir 60. Als wären wir 60-jährige Millionärer. Wie war Ihre Anreise? Digga, was? Ja. Wie war Ihre Anreise? Ja. Das erste Mal, als ich das gefragt wurde, ich war richtig perplex. Ich war so, äh, ja, also... Wie war deine Anreise? Ja. Fragen Sie sich selbst. Ja, ich war so, ja, meine Anreise war, also, wurde ich so nachdenklich. Nee, die war eigentlich ganz gut. Ja, und allgemein dann irgendwie auch diese Fake-Freundlichkeit beim Bedienen. Ja, klar, Sie sind jetzt hier mit dem Herrn Blablabla verabredet. Ja, Felix. Nee, aber das war so, als wir dann auf der Setup44-Tour waren, da waren wir in Hamburg in dem Hotel, und da waren alle so, äh, keine Ahnung, haben so ihre beste Seite gezeigt und dann haben wir da morgens gegessen. Und ich kam dann leider als Letzter zum Frühstückstisch und dann so, ah, Sie sind sicherlich von dem Herrn Lobrecht hier, blablabla. Also, weißt du, wie war das? Felix, da sitzt er in seiner Jogginghose. Genau. Das ist er. Das ist er. Ich nehme auch einmal das Rührei mit Eiskarnelen. Danke. Ja, genau, keine Ahnung, Mann. Gibt es irgendwelche Dinge, irgendwelche kleinen privaten Projekte, wo du gerade drin verwickelt bist oder so etwas? Absolut kein privates Projekt, einfach nur, ich versuche einfach momentan mehr zu lesen, das klappt auch, aber das finde ich auch interessant, man muss sich wirklich dazu bringen. Ich kann mich an eine Phase erinnern, auch im Studium, wo ich wirklich konzentriert gelesen habe und so, und dann in der Bib war und das auch eigentlich genießen konnte. Das ist auch ein Skill. Ja, genau, auch länger in einem Text zu bleiben, außerdem diese ganzen philosophischen Texte sind ja auch anstrengend zu lesen, zum Beispiel Kant, also das ist wirklich, also so im Englischen, so hieß Kant, also quasi, das ist so schlimm geschrieben, also im Endeffekt. Ach so, das war der Joke. Nein, das ist kein Joke, aber ich meine bloß. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass es so ein Insider ist bei Englischsprachigen. Ja, das wäre mal interessant zu wissen, aber Kant ist ja quasi dafür bekannt, dass diese Texte so schwer zu lesen sind und bla, und du brauchst einfach wirklich für einzelne Absätze, weil die so voller Inhalt und so voller Bedeutung sind, sozusagen. Ja, das sind so mathematische Formeln irgendwie mit Wörtern. Ja, genau, zum Beispiel schon, ey, ordentlich viele Nebensätze und bla, und dann markierst du da, und schreibst du da, und was ist das, und setzt du so zusammen, super anstrengend. Und ich meine, also keine Ahnung, seit wahrscheinlich so und so vielen Jahren habe ich mich gar nicht mehr so richtig konzentriert beim Lesen, weißt du? Also ich habe so minimal noch gelesen, oder immer wieder, aber diese Phase ist sozusagen vorbei, und ich möchte irgendwie wieder dahin kommen, dass ich einfach mehr so davon mache. Dass du privat mehr Kant liest. Nein, aber, dass ich einfach da mehr in diesen Flow komme, ja. Aber was ich gerade ganz interessant finde, wir haben neulich irgendwie darüber gesprochen, Drosten hat ja diesen Podcast, den NDR Podcast, und ich habe ja schon erzählt, am Sonntag war ich im Park, und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass Leute sich mittlerweile an diesen Schockzustand, an diese ganzen Verbote so sehr gewöhnt haben, dass es wieder auch irgendwie normal geworden ist, und über diese Normalität verfliegen auch gleichzeitig die Verbote. Also irgendwie, man gewöhnt sich dann irgendwie so in diesem Moment, und dann hat man das Gefühl, der ist vorbei, weil man sich gerade an den gewöhnt hat. Ja, dieser Alarm ist ein bisschen aus. Genau, und ich finde es ganz interessant, ich habe das irgendwie bei der Süddeutschen aufgestopft, habe ich es schon beim letzten Mal erzählt, oder nicht? Wir haben mal kurz drüber geredet, weil ich habe den gleichen Artikel auch gelesen, aber ich glaube nicht auf dem Podcast. Ach, war das das mit den negativen Nachrichten-Fatig, also quasi, war das das? Ja, genau. Ja, genau. Haben wir auf dem Podcast drüber gesprochen? Egal, aber das finde ich irgendwie interessant, dass die deutsche Folgen sozusagen so, erst recht am Anfang so intensiv zugeballert wurden, mit negativen Schlagzeilen und mit der Gefahr von Covid-19, dass quasi, dass man viel vorsichtiger geworden ist in den ersten Wochen. Klar. Und danach einfach irgendwie, das ist ein psychologischer Effekt, dass man sich denkt, ey, dieser Zustand war so schlimm und so akut und akute Zustände können nicht über Wochen dauern irgendwie. Das heißt, der muss jetzt abgeflacht sein. Also irgendwie, dass man am Anfang so intensiv vollgeballert wurde mit negativen Schlagzeilen. Ja, das ist ja immer noch. Genau, dass man aber so schon ermüdet war und über die Ermüdung, weil man diese Ermüdung satt hatte, ist man sozusagen rausgegangen oder sehr viele gehen einfach raus und haben dann einfach eine gute Zeit raus und was man auch übrigens haben sollte, wenn man die Regeln einhält, finde ich. Ja, ich glaube, es ist ja noch, es ist ja völlig okay und ich glaube aber, dass man auch oft einen falschen Eindruck, weil ich habe dieses Parkgespräch schon mit ein paar Leuten gehabt und jeder, der in den Park geht oder auf das Tempelhofer-Feld oder an diese Orte, sagt dann immer, boah, die Leute sind ja alle draußen. Ich glaube, das ist auch eine falsche Wahrnehmung, weil die Leute, ja, die sind auch alle nur im Park. Also Parks sind gerade am Boom. Der Ort, wo man hingehen kann. Der Ort, aber andere Orte sind verlassen. Also ich bin ja, ich bin nirgendwo eigentlich außer, ja, auf dem Tempelhofer-Feld. Ja, ja, genau. So, also vielleicht war ich nochmal hier und da kurz, aber nee, ich bin eigentlich an keinen Orten mehr. Ich weiß nicht, wie der Cott hier aussieht. Ja, absolut, ja, ja. Obwohl, ich war da vor zwei, drei Wochen und da war es ziemlich leer. Also solche Orte sind dann leer. Ach stimmt, wir sind auch einmal vorbeigefahren da. Äh, wann war das? Ja, vor zwei Wochen, aber ist auch scheißegal. Genau, aber genau, was ich gerade sagen wollte, genau über die ganzen negativen Nachrichten und man hat das irgendwie sozusagen satt. Und allgemein, am Anfang haben wir ja auch sehr viel Corona-Inhalte, Information konsumiert am Anfang. Ja, total. Wir waren da in den ganzen Live-Tickern drin, mehr oder weniger. Wir haben uns dann irgendwie Nachrichten durchgelesen. In der ersten Woche war ich so tief drin. Ja, genau, dann hat man diesen Podcast von Drosten gehört und dazu möchte ich jetzt kommen, weil ich finde es voll interessant. Ich glaube, man kann das Interesse des Volkes an der Pandemie, kann man an der Chart-Positionierung von Drosten erkennen. Weil es ist einfach deutlich gesunken. Muss, muss. Also ich habe den Podcast ja dann in der Zeit so zwei, drei Folgen gehört nacheinander. Ja, genau. Oder immer wieder. Aber stimmt, ich habe, also zwei Wochen bin ich ja komplett raus. Ich bin auch komplett raus, weil ich mir denke, ja, also ich meine, wenn es was Wichtiges gibt, dann wird es mich erreichen. Ich freue mich jetzt nicht, die ganze Zeit up-to-date zu sein. Und außerdem, ich treffe nicht die ganze Zeit wichtige Entscheidungen. Ja. Also im Endeffekt so. Ja, aber wirklich, man kann einfach auf Apple-Charts gehen oder Spotify-Charts. Ja, und dann sieht man einfach so, ach ja, ich glaube, Leute wollen das nicht mehr an Werder Winger. Ja. Außerdem ist das auch eine Sache, ich weiß jetzt nicht, ich will ja nicht, also ich weiß nicht, vielleicht ist es da sinnvoll, aber ich, okay, keine Ahnung, das ist jetzt wirklich spekuliert, aber ich frage mich, wie sinnvoll dieser Podcast auf Dauer ist, ob man jeden Tag ein Update braucht zu dieser Sache. Nee, gibt es jetzt auch nicht mehr. Gibt es nicht mehr. Aber eine Zeit lang haben die quasi sich mit Huck irgendwie eine Position geteilt, also die Erste oder was auch immer, oder keine Ahnung, oder waren Platz zwei, drei, aber jetzt glaube ich noch nicht mal in die Top zehn. Drosten sitzt so da, macht sich so voll die Gedanken. Ich habe mir überlegt, das wäre sozusagen ein witziger Film oder Sketch, so ein Charakter, der dann sozusagen Drosten nachgeahmt ist. Ja. Ein Virologe, der gerade in der Pandemie wichtig ist und auch tatsächlich wichtig ist, also für das Land und das Land auf den richtigen Kurs zu bringen und so, nach der Pandemie einfach so eine Identitätskrise hat. Ja, weil er so den Fame... Ja, genau, weil er den Fame verliert und dann ist er immer noch so, hält er fest, wie schlimm das immer noch dran ist, weißt du, was ich meine? Ach so, ah ja. Dass er immer noch in allen Talkshows ist und dann voll durchdreht und dann sagst du, hey Leute, das ist noch viel schlimmer. Und dann ist es irgendwann zu Ende, dann ist er so im Dschungelcamp so, fuck, ich brauche das. Und er hustet auch immer, das ist so sein Running-Ding, das ist aber auch schlimm. Ja, aber was ich auch interessant finde, du meintest, du warst länger nicht mehr am Kotti, ich meine, mein Leben ist auch komplett reduziert und das Leben ist sozusagen reduziert aufs mehr oder weniger Wesentliche, also viele Dinge kann man nicht machen, Leute können zum Teil ihre Familie nicht besuchen, was natürlich dramatisch ist und schlecht für alle, einfach für die psychische Gesundheit allgemein, also für das emotionale Wohlbefinden, das ist furchtbar. Aber ich finde es auch ganz interessant zu sehen, dass man einfach gar nicht so viel braucht irgendwie. Also zum Beispiel, mir tut es natürlich absolut leid für alle Leute, die gerade ihre Jobs verlieren und sowas in der Art, deswegen ich möchte nicht, also ich meine, wir haben es jetzt auch gerade aktuell natürlich schwieriger, wir können nicht auftreten und dabei können unsere Arbeit nicht machen. Ja, wir können unsere Arbeit nicht machen, aber nehmen wir an, das wäre gegeben, irgendwie habe ich schon gerade aus dieser Krise mehr oder weniger gelernt, ach so krass, es gibt ein paar Dinge, die mir wichtig sind und solange die da sind, kann ich wirklich glücklich sein und alles andere ist entweder ein extra, ja, also dass ich irgendwie nicht brauche oder das tatsächlich von meinem Leben abzieht. Also ich habe jetzt gerade gar nicht so viel Sehnsucht, Sehnsucht nach Dingen, also ich habe gar nicht, also ich weiß nicht, ich bin ein bisschen im Park und so. Ja, ich auch nicht, also mir geht es voll gut gerade, also ich muss wirklich betonen, ich habe auch fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich die Nachrichten sehe, weil es mir hervorragend geht, einfach in dieser Zeit und es liegt auch daran, dass es eine aufgezwungene Entschleunigung ist und dadurch, dass sie aufgezogen ist, kann man sie auch viel besser umsetzen und akzeptieren, weil ich mir denke, ja, ich kann gerade nicht auftreten, ah ja, okay, aber es ist immer gut, ein paar Wochen so komplett runterzufahren. Ja, weil wenn man jetzt. Aber ich glaube, wir beide sind auch in ganz okayen Wohnsituationen und Allgemeinsituationen. Ja, ja, das stimmt. Das ist halt der Unterschied. Wenn du so eine kleine Wohnung hast und dann die ganze Familie da drin sein muss und so und dann wird es ganz schnell irgendwie. Genau, absolut. Und ich sage ja sozusagen nicht, diese Leute sollten sich zusammenreißen, weil das ist die geilste Zeit ihres Lebens ist und so. Weil es bei mir ja geil. Nee, sondern einfach nur, was ich meine, ist der Gedanke, ich finde es interessant, das Leben wird gerade aufs Wesentliche so reduziert ein bisschen und ach krass und daran kann man irgendwie, also zumindest ich irgendwie Freude finden irgendwie so. Klar, man wird sich, wenn man das gut nutzt, kann man sich danach Gedanken machen, so hey, was hat mir wirklich gefehlt oder welche Dinge sind mir anscheinend wirklich wichtig und so. Ja, also gibt es etwas, was dir so aktiv fehlt? Ich meine, du hast einen Proster, du hast einen Fernseher. Ja, ein bisschen mehr das Soziale, weil ich das so eingeschränkt habe und wirklich jetzt so. Ja, das stimmt, okay. Dich, Janek und ein, zwei andere Leute, aber dann mache ich da sozusagen Schluss. So. Und was ich jetzt gerne in der Zeit machen würde, also sozusagen fehlt im Sinne von auftreten ist, also wenn jetzt auftreten und alles weg ist, aber, ja, ist das schwierig, das auszudrücken. Sag es einfach. Also unter welchem Szenario fehlt, unter dem Szenario? Ja, es ist aktuell einfach. Einfach fehlt. Ja, einfach fehlt. Nee, einfach hier, das ist gar nicht so kompliziert. Weil. Ja, vielleicht mal ein Bier draußen oder so würde ich jetzt mal machen, so. Aber genau, ich meine, klar, aber das machen wir dann auch nicht so oft irgendwie und es gibt ja Leute, die es oft machen und die haben ein Problem, naja, Spaß, aber es gibt ja wirklich Leute, die dann so voll, also die dann irgendwie am Kanal sitzen oder irgendwie in den Pfarr gehen und dann voll auf so ein Bier zischen, aber das machen wir auch. Ja, das habe ich eh selten gemacht. Nee, also ich, mir geht es gerade voll gut. Also ich muss wirklich betonen, ich mache so viel Sport wie nie, ich kümmere mich hier um die Wohnung, ich gehe hier gerade voll auf, so. Mir tut diese Pause gerade gut. Eigentlich kann ich mich gerade null beschweren, also mir fehlt, so richtig fehlen tut mir nichts, außer ein bisschen mehr soziale Kontakte. Und solche, ich finde es ganz interessant, zum Beispiel, ich gehe eigentlich oft auch in Cafés irgendwie dann, um so Sachen zu erledigen oder auch irgendwie ein bisschen zu schreiben oder einfach so quasi die Aufgaben, die ich am Laptop erledigen kann, die kann ich auch im Café machen und ich habe eigentlich voll viel Spaß dran. Das ist für mich tatsächlich wie so eine Art meditativer Ort, so irgendwie, weil da passiert genug, aber nicht zu viel, so was einen so ein bisschen ablenkt. Das ist wie so eine Art Aquarium fast schon. Ja, 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 so ein Hintergrundgeräusch. Ah, da passiert was, aber nicht zu viel, weißt du? Das ist nicht Scooter-Hyper-Hyper. Okay. Aber das ist voll interessant, das fehlt mir sozusagen null. Wobei, es gibt jetzt gerade ein Café, was ich wirklich mag, da kann man den Café nur to go bestellen und draußen nicht sitzen. Und das ärgert mich einfach nur, dass man da nicht draußen sitzen kann. Ja, vor allen Dingen bei dem Wetter, das ist jetzt so perfektes Café-Wetter, draußen zu sitzen bei 17 Grad oder so. Genau. Und das ist so, das ist, ja, ja. Das ist ganz witzig, weil ich habe mich da draußen hingesetzt, weil am Tag davor, da war halt ein anderer Besitzer, der hat das mir irgendwie sozusagen erlaubt und da saß ich da ganz kurz und hatte so mein Buch, habe so ein bisschen was gelesen und so ein paar Notizen auch gemacht und so. Und genau einen Tag später ziehe ich das auch ab, also ich hole mir einen Kaffee, also to go und sitze dann da, also und die Tische waren sozusagen wie Fahrräder mit so Fahrradschlössern so festgemacht, aber immer noch so, dass man sich da hinsetzen konnte, okay. Und du hattest ihn gefragt, oder? Ja, also am Tag davor habe ich den einen Besitzer gefragt, okay. Am nächsten Tag bin ich da, lasse ich mich auch nochmal kurz hin mit einem Buch und da war die Schlange länger, weil man durfte immer nur eine Person gleichzeitig in dem Laden sein, okay, dann dadurch wurde die Schlange länger. Und irgendwann kommt der andere Besitzer am nächsten Tag, sieht mich da mit meinem Buch und da war er so, also der war so leicht pisst, der war so pisst, also der hat mir gesagt so, ey, du kannst hier zehn Minuten sitzen, aber nicht mit einem Buch, also weil es eine völlig andere Außenwirkung hat. Ja, du hast dich da eingerichtet. Ja, ich habe mich da eingerichtet, ich habe da ein Notizbuch, ein Lesebuch, Macbook, ich schneide noch Videos, ganz geil hier. Habt ihr auch eine Außensteckdose? Könnt ihr mir so ein Verlängerungskabel durch das Fenster drücken? Ja, genau, ich habe eine Verlängerung, nee, wie nennt man dieses, ähm. Achso, dass dieses Ding dabei ist? Ja, ja, wie heißt das? Trommel? Diese Batterie, diese Trommel. Ja, ich habe so eine Trommel. Nee, aber genau, ich habe es aber voll verstanden, der meinte so, ja, du musst aufpassen wegen Bußgeld und dann fand ich es auch interessant, würde er dann das Bußgeld bekommen oder ich? Ich glaube, wir beide. Wir beide? Ich glaube, er auch richtig doll. Krass, aber ohne Scheiße, ich würde dann richtig vor dem Bullen so eine Szene machen. Nein, der hat mir gesagt, ich soll da sitzen. Ja. Nein. Er hat mich aufgefordert. Ja. Er forderte mich auf. Er hat mich gewissermaßen gezwungen. Wenn so dumme Leute intelligente Wörter benutzen. Gewissermaßen. Er hat mich nichtsdestotrotz gewissermaßen erzwungen. Ja. So ein bisschen falsch. Ja, ich weiß nicht, ob sie Zwang verstehen, aber das war eine gewisse Form von Zwang. Ja, eine gewisse Form. Weißt du, was ich gerade mache, ist, ich bin gerade richtig tief, ich habe es auch auf Instagram gepostet, ich bin gerade richtig tief im Rollerkauf-Game. Ah ja. Ich will mir gerade seit zwei Jahren oder so einen Roller kaufen. Ich habe es immer aufgeschoben, dann hatte ich diese eine missglückte Geschichte da, die ich erzählt habe und immer nur irgendeine Scheiße, dann habe ich das Auto irgendwann gekauft und so. Aber ich hatte einfach immer noch diese Sehnsucht oder was auch immer auf dieses Rollerkaufs fahren im Frühling und Sommer, nie gemacht eigentlich. Ja. Und jetzt bin ich kurz vorm Abschluss des Kaufes und habe dann bei der Versicherung angerufen, weil dass ich dann direkt diese, ich wusste nicht, wie es abläuft, also man muss dann so eine, man kann den für ein Jahr anmelden und versichern und dieses Nummernschild, diese Plakette direkt von der Versicherung nehmen, ich muss da zu keiner Behörde oder so. Und genau, also ich muss das einrichten dann mit der Plakette zu dem. So eine Mini-Plakette? Ja, diese, die dann hinten drauf kommen. Ich finde die voll süß, diese kleinen. Ja, ja. Ich finde es auch witzig, dass es auf diesen ganzen E-Scootern auch so nochmal Mini-Mini-Plakette geht, das ist so ultra süß. Krass, okay. Ja, die sehen eigentlich ganz cool aus. Jedenfalls, ich muss mir das Ding vorher besorgen. Ich rufe bei den Versicherungen an und ich hatte dann kurz recherchiert, hier Berlin, Nordenversicherung, was auch immer, komme dann irgendwann auf Huckoburg, also einfach direkt erster Treffer, ja, fuck it. Ich kenne die nur für das Fernsehwerbe. Ich auch, ja. Huckoburg. Also das kam mir schon so komisch vor. Schwer zu sagen, Huckoburg. Huckoburg, ja, dieses Schild, ne, dieses geile Schild. Auf jeden Fall, erst mal ein bisschen Schwierigkeit, überhaupt eine Filiale zu finden, die noch arbeitet wegen Corona und so. Stimmt, ja. Dann rufe ich bei diesem einen Typen an und es klingt direkt komisch. Ja, er geht so ran, so, ich glaube, er hieß ohne Scheiß Wolfram. So, ja, Wolfram? Und ich so, ja, hallo, Kalanta hier, bin ich da bei Huckoburg? Er so, ja, ah, ja, ja, genau, ja, Huckoburg. Ja, ja, Wolfram arbeitet da, ja. Ja, ja, und dann meinte, und dann war das so, es hat sich auch so voll komisch angehört und dann meinte er und dann natürlich, ja, ich bin hier im Homeoffice, also er war einfach bei sich zu Hause. Ah, deswegen ist einfach nur so Wolfram. Ja, also, ich hab, und es war eine Haustelefonnummer, es war 030, ich hab einfach einen Berliner angerufen, der dann so sein Huckoburg-Business dann auch nebenbei die ganze Zeit hat. Der dann auch eine Versicherung aus seinem Wohnzimmer verkauft hat. Genau, ja, ist es so. Und er hat auch diese Schilder auch bei sich zu Hause. Nein. Ja, das hat sich, ich meinte so, also haben sie die Sachen auch da? Ja, ja, gar kein Problem. So, ich geh dann zu dieser offiziellen Firma morgen, offizielle Firma, so ein Konzern, geh ich zu irgendeinem Dude nach Hause, als wäre es so ein Deal oder so. So ein Deal, ja. So, und nun holen wir das da ab. So. So, aber die Situation war die, Name, Geburtsdatum und so ein paar Versicherungsfragen, werden damit Leute fahren, die jünger als das, irgendwie so ein Quatsch. Sind wir alles durch? Und dann sagt er irgendwann, ja, okay, dann zum Nummernschild, ja, gibt es irgendwelche Zahlen, die sie nicht haben wollen, so? Und ich so, hä, wie, was meinen Sie? Gibt es Leute, die, kann ich sagen? Ja, die so, und dann denke ich so, also abergläubig, so, nee, also. Weil er meint so, ja, es gibt ja Leute, die wollen die neun nicht haben. Ich so, hä, wer will die neun nicht haben? Was ist das Problem mit der neun? Und dann sagt er auch, die neun und die sieben. Und ich meinte, die sieben ist eine Glückszahl. Ist auch egal. Und ich war dann so, nee, nee. Aber vielleicht gerade deswegen, weil die nicht so unoriginell sein wollen, weißt du? Nein, dass sie sich da denken, boah, da war ich drauf. Und ich war, ich hab dann so ein bisschen das so abgetan, so, nee, nee, ist alles kein Ding. Gerne auch die sieben, so, weil ich im Juli Geburtstag hab, so, meinetwegen, also sogar so, ne, aber sofort abgetan. Und dann sagt er, also ohne Scheiß, sagt er so, ja, okay, alles klar, alles klar. Dann hab ich für sie das Nummernschild 666 KJM. Was? Und dann so, dann hab ich so sofort so gelacht und ich war, also ich war mir sicher, ich so, das ist jetzt ein Witz, oder? Er so, ja, nee, wieso? Ich so, ja, also von allen Zahlen, also 666. Ey, das ist ja ein richtiger Sketch. Das ist ein richtiger Sketch, ich konnte sich fassen. Eine Zahlenkombination, die so viel Bedeutung hat wie 666. Ja, und ich bin nicht, aber, glaube ich, von mir ist das eigentlich alles egal, aber, ja, okay, aber dann jetzt nicht 666, ich bin doch nicht der Teufel, oder was denn, dann will ich auch nicht der Typ sein, weil das, das sieht ja voll so aus, als hätte man es drauf angelegt, so 6, hier kommt Cabo Scalante auf seinem kleinen Roller mit der 666 hinten drauf. Ich musste voll lachen und er kommt. Du bist ein richtiger Hells Angels. Ja, ich bin ein richtiger Hells Angels mit so einem mini, alter Retro-Roller, hier mit der 666, und er so, nee, warum? Ich so, ja, es ist die 666. Ey, meinst du, dass er das vielleicht öfters abzieht, auf diese Art? So als, als Witz für sich? Als Geld, weil er dann irgendwie dann die Leuten zeigen möchte, dass sie, dass denen doch Zahlen wichtig sind? Ey, das kann gut sein, dass er so ein eigenes, weil das ist doch komplett, also was ist das denn für ein Zufall, dass er 666, also das, das ist so komisch, also, es kommt mir auch so, also, es kommt mir auch so vor, ich konnte es nicht fassen, deswegen dachte ich mir, erzähle ich das so auf dem Podcast, weil es schon fast ausgedacht klingt. Ja, das klingt. Also, es ist so, als wäre es so Story, aber das war einfach die Zahl, die er mir genannt hat, nachdem ich mir gesagt habe, ja, alle Zahlen, ist egal. Ja, okay, dann habe ich dir 666 für sie. Ja, das ist ein bisschen so. Ja, okay, das ist die eine Zahl, auf die ich auch verzichten kann. Ja, als würdest du irgendwie zum Bürgeramt gehen und dann irgendwie dann sagen, ja, ich möchte meinen Hund hier benennen oder so, keine Ahnung, ich möchte meinen Hund hier einen Namen geben. Mir ist Name egal. Mir ist Name egal, okay, dann habe ich folgenden Namen für sie, Adolf Hitler, und dann sage ich, ja, nicht so egal. Okay, dann können wir einen anderen Namen noch ausprobieren, der ist dann okay. Und dass dann die Barberin sagt, hä, ich habe dich erwischt, das ist dir nicht egal, also okay, welchen Namen jetzt also. Ja, und die nächste Zahl, ich meine so, nee, dann nicht 666, dann sagt er, ja, okay, dann 670, 684. Ich so, ja, geht doch. Also, ja, dann nehme ich halt so eine Zahl. Okay, eine 6, gar kein Problem. Das ist voll interessant, weil hättest du das so auf der Bühne erzählt, dann wären alles, boah, was für eine ausgedachte Story. Wirklich, das kann man, glaube ich, nicht auf der Bühne erzählen. Ja, deswegen, das habe ich mir neulich gedacht, es gibt wirklich Geschichten, die man so mehr auf der Bühne erzählen kann und dann auch so mehr im Podcast, also, aber alles, was du auf der Bühne erzählen kannst, kannst du auch auf dem Podcast erzählen, aber komischerweise. Ja, aber das finde ich irgendwie interessant, weil, da hätte man so gedacht, ja, das ist jetzt konstruiert, nee, das ist doch nicht so, aber das ist krass, das ist crazy. Also, ich weiß es nicht, weil es muss irgendwie Absicht sein oder es muss für ihn, er hat so auch nur nüchtern darauf reagiert und sich nichts anmerken lassen am Telefon. So können wir die Folgen ändern eigentlich. Wie, nüchtern darauf reagieren? Ja, aber das ist dann, also, komm schon. Also, wenn mir auch peinlich, hat er gesagt, Zahlen sind Ihnen egal und Sie mögen die 7? Ja, okay, 007. Ja, okay, das ist mir auch peinlich. Ich will auch nicht hier, Alter, mit der Lizenz zum 45 kmh fahren. Ja, echt. Was gibt es noch so für Zahlenkombinationen, die bekannt sind? Also, 007, also bei Dreier-Zahlenkombinationen, dann 6 auf jeden Fall, gibt es noch? Ja, fehlt mir auch nichts mehr. Ja, gibt es noch. Aber stimmt. Die drei bekanntesten. Voll witzig, wenn er dann als nächstes gesagt hätte, ja, ja, genau, 007. 007, ja, okay, okay, mir sind Zahlen nicht egal, was haben Sie da? Ich wähle jetzt eine aus. Scheiße, Mann, krass. Okay, aber du hast dann aber irgendwas bekommen. Ja, ich habe irgendwas mit 6 und dann irgendeine andere Zahl und dann nochmal eine andere Zahl. Okay. Also, so als Info, mein Kennzeichen beginnt ziemlich sicher mit 6. Ich frage mich gerade wirklich, ob er das einfach so durchsieht, ob er so ein Ding ist irgendwie. Ja. Weil das ist so ein krasser Zufall. Es kann doch nicht so ein Zufall sein, dass er noch für die Akkombination kommt. Es ist vor allen Dingen so, also wirklich, als hätte er so eine Falle gestellt. Ich tappe rein und er ballert. Es kam auch so krass. Also, er kam dann so, ja, okay, dann habe ich, das war auch wirklich mit den Buchstaben, weiß ich noch. Dann habe ich 666 KJM für sie. Ja, KJM ist mir egal, aber was war das vorher? Ah, ja. 666. Und dann so ACAB, so all copters. Ja, ich weiß nicht, hatte Tupac irgendeine Kombo? Naja, Tupac einfach. Ja. 2 PAC. 2 PAC. Das wäre auch witzig. Ja, mir sind Kombinationen und Buchstaben egal. Ja, 2 PAC? Ja, das wäre okay. Würdest du mit Tupac waren? Ah, da wärst du ja der. Tupac geht ja, also okay. Ja, es geht klar, natürlich. Nee, es müssen ja 3 Zahlen. Ja, aber theoretisch, wenn das der Fall wäre, dann würde es ja nicht gut sein, wenn du auch so einen kleinen Roller so Tupac hast. Nee, nee, nee. Ich würde alles vermeiden. Ich würde all sowas vermeiden. Ja, krass, Mann. Ey, ich weiß. Wir haben Bock auf Frosta, glaube ich. Ja, ich habe langsam tatsächlich Bock auf Frosta. Frosta, der gesunde Snack. Ja, genau. Ja. Unbezahlte Werbung. Unbezahlte Werbung. Frosta Low Carb. Genau. Übrigens, das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, fast einen Monat her oder vielleicht sogar exakt einen Monat her. Das ist von Patreon angefangen. Dass wir mit Paypal und Patreon angefangen haben und wirklich nochmal extremes, extremes Danke. Und vielleicht müssten wir das auch viel früher sagen, weil, glaube ich, Leute langsam wegschalten zum Ende hin, sozusagen. Weil Leute realisieren, ha, okay, krass, die moderieren ab, die gehen Classic essen. Das höre ich mir nicht an oder was auch immer. Aber eigentlich, das müssen wir auch tatsächlich mehr in der Mitte sagen und so. Ey, wirklich vielen, vielen, vielen Dank für alle, die da beteiligt waren. Wir haben nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt. Ja, die den Podcast unterstützen. Mega großes Danke. Mega großes Danke. Und für alle, die Bock haben, das zu machen, wir haben, wie gesagt, diese zwei Möglichkeiten. Paypal und Patreon. Ihr findet diese beiden Möglichkeiten auf chipsundkabel.de slash support. Da gibt es einfach diese zwei Buttons. Donate-Button für Paypal und Patreon. Und Patreon, das haben wir schon mal erklärt, aber einfach nur nochmal, damit es irgendwie Leute mitbekommen. Viele Leute wissen immer noch nicht, was es ist. Das ist quasi eine Plattform, wo ihr den Podcast finanziell unterstützt. Und als Gegenleistung bekommt ihr so kleine Extras, wie zum Beispiel früheren Zugang. Wie die Bonus-Folge oder sowas früher hochladen. Genau. Oder alle Folgen eigentlich jetzt gerade. Genau, und allgemein, wir sind die ganze Zeit auch am überlegen, wie wir diese Plattform da nutzen, weil es auch cool ist, einfach das zu haben. Wir werden uns da wahrscheinlich Sachen noch überlegen. Und wir fangen gerade an mit dem Merch. Und das wird da auch quasi einen Bonus geben. Deswegen geht auf jeden Fall auch auf patreon.com slash chipsundkabier, falls ihr den Podcast feiert und Bock habt, den zu unterstützen. Genau, macht diese zwei Dinge. Do it good. Yes, das ist das Motto. Besser, dass man es nicht zusammenfassen könnte. Genau. Und, ähm, genau. Ja, ansonsten, passt auf euch auf. Bleibt gesund. Bleibt gesund, das ist jetzt die neue Verabschiedung. Ja, und wie gesagt, unter der Befolgung der Regeln, macht einfach das, was euch auch gut tut. Also irgendwie, also keine Ahnung, ey. Also ich habe das Gefühl, einige Leute leiden wirklich darunter, dass sie die ganze dieser negativen News hören und so und sich irgendwie fertig machen lassen und dann vielleicht tatsächlich nicht aus dem Haus gehen. Aber ich meine, solange ihr einfach nur alleine irgendwie im Park seid oder halt irgendwie zu zweit oder so, ist es ja kein Ding. Und, äh, also es tut euch was Gutes. Es ist auch, es ist auch doch tatsächlich auch, ähm, so ein psychisches Phänomen oder sowas. Wer hat dir das gesagt, wie heißt es nochmal, fuck, jetzt habe ich den Namen vergessen, von, ähm, äh, dem Psychologen, Philosophen, der bei Rogan immer war. John Peterson? John Peterson. Ah ja. Ähm, ich meine, streitbarer Charakter, man muss nicht alles feiern, was er sagt und so weiter. Aber er hat als klinischer Therapeut oder so, äh, also hat er jahrelang gearbeitet und Erfahrung und er meinte, eine Sache, die er, ich weiß nicht, welche Art von Patienten, vielleicht Depressiven oder irgendeine andere Art von, äh, Rät ist, ähm, die Nachrichten weniger zu verfolgen oder gar nicht zu verfolgen. Ah ja, 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 ja. Weil, weil es zu viel ist und man sich die Frage manchmal stellen kann, bei vielen Nachrichten, ist das jetzt eine Nachricht, die in einem Monat auch relevant ist? Ja, 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 absolut relevante Nachricht. Natürlich, ja, genau. Und das meiste ist nicht in einem Monat relevant. Corona offensichtlich ist in einem Monat noch relevant. Aber auch da, ich höre, ich gucke ja jeden Tag Nachrichten aus Fun, also so, aber eigentlich, ich verfolge das gerade die ganze Zeit und es ist manchmal echt so. Du lachst währenddessen oft. Ja, ja, ich bin so, USA, number one. Nein, aber, ähm, da passiert nicht viel. Also es ist wirklich die ganze Zeit, man wird so voll geballert, aber es gibt keine, es gibt einfach nur so, ja, und jetzt haben die das beschlossen, Reaktion aus dem Bundesland, also Reaktion aus dem, in dem Land sind wieder 10.000 mehr. Ja, ja, absolut, ja. Man kann ruhig alle vier Tage Nachrichten gucken und man ist bestens informiert eigentlich gerade. Absolut, absolut. Es reicht, so, und die Sachen halt ernst nehmen und befolgen, aber alles andere ist, ist, äh, da kann ich dir, vor allem wenn man sensibel ist, also wenn man irgendwie, wenn man irgendwie, da kann ich dir tatsächlich uneingeschränkt zustimmen, so wie du mir bei der einen Sache, so wie ich dir auch bei dieser Sache. Ja. Äh, übrigens, um zum Ende zu kommen, äh, viele Leute wissen es schon, äh, aber ich glaube, das sind immer noch die wenigsten, wir haben jetzt auch einen YouTube-Channel, Chips und Kaviar auf YouTube, wo wir die ganzen Folgen auch, ähm, als, auch in diesem Moment, ja, hauen wir als Video raus, deswegen, wenn ihr auch, ähm, daran Spaß habt, irgendwie, äh, uns irgendwie dabei auch zu sehen, dann, äh, schreibt uns mal und sagt uns mal, wie ihr das findet, aber, äh, ihr findet alles auf, ähm, äh, chipsundkaviar.de und, äh, genau, abonniert den Kanal, youtube.de slash chipsundkaviar, ähm, genau, das war's von uns, ähm, bis, Bis bald. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao. So.